Gute Übersicht, im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Macht er ein! Das Bällchen ist noch heiß. Gutes, schnelles Passspiel. Da liegt er frei, wunderbar, holt ihn auf. Er sucht hier Cristiano von auf. Echt, nächst! Und es war ein Tor! Sergei Ramos! Diese Gäste ist eindeutig, der Schiedsrichter gibt einen Meter. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Es gibt jede Menge Auswechslung. Balleroberung im Mittelpunkt. Die verstehen sich blind. Das könnte was werden. Achtung! Das Motto lautet Sicherheit zuerst. Das sieht nach einer guten Wirklichkeit aus. Guck mal hin! Sehr gut! Von Gott. Der Savior hat mir! Wirklichkeit! Wirklichkeit!